Wenn ich dich sehe, dann bin ich so erstaunt, dass ich drei Nächte nicht schlafen kann, dank deiner Schönheit. Irgendwie feiere ich solche schnulzigen Sprüche gar nicht, deswegen leider nur eine nett gemeinte 2 von 10. Hey Olaf, was machst du denn schon wieder? Tut mir echt leid, meine Schildkröte Olaf läuft immer an die DMs schöner Mädchen, aber jetzt, wo ich schon mal hier bin, hey. Diesen Spruch hier habe ich mit Abstand am meisten bekommen und ich finde ihn auch echt sehr kreativ und noch ziemlich raffiniert, deswegen eine 10 von 10.